Hallo Jana, ich wollte mich noch mal melden. Tut mir leid, dass es zu spät ist, aber wir hatten die letzten Tage ein bisschen Trappe. Schwiegervater ist gestorben und und und. Aber den Hunden geht es top. Da liest er, der gute Malou, ein Sohn lieber Kerl, der Milo und die wohnen hier. Hier sind die beiden Körbchen. Am liebsten liegen die natürlich hier beim Feuer. Jetzt zeige ich den mal draußen. Kommt Jungs, die können sich die Hunde frei bewegen, überall. Der Zaun ist fertig, heute geworden, bis auf kleine Nacherbeiten. Hallüchen, komm. Dann können die hier runter gehen. Kommt Jungs. Ist alles eingezäunt hier, kann nichts passieren. Wir alle wollten uns doch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dich so um Malou gekümmert hast und ihm so viel, beigebracht hast. Er ist ein ganz toller Hund. Absolut ohne Aggression. Also man könnte fast meinen, der ist schon Jahre bei uns. So benimmt er sich hier. Wirklich super. Heute ist das erste Mal nochmal Auto gefahren. War auch problemlos. So hinten reingesprungen im Kofferraum. Alles super, wirklich. Wir sind so dankbar für diesen tollen Hund. Bilder werde ich irgendwann, ich werde ab nächster Woche wieder ein bisschen mehr Zeit haben, hoffe ich. und die folgen dann. Ich hatte jetzt keine mehr gemacht beim Spazierengehen. Und wir mussten uns auch abwechseln, weil immer jemand zu Hause sein musste. Wegen dem Schwiegervater. Auf jeden Fall, wie du siehst, die Hunde fühlen sich wohl. Dann wünsche ich dir schönen Ostern und vielen vielen Dank nochmal für alles. Tschüss.